Hallo und ganz herzlich willkommen zurück bei Sims 4. Wir haben ein vollgeschissenes Kind, das weint. Das bedeutet, wir müssen unseren Schlaf unterbrechen. So, los Mutter. Zack. Oh nein, hast du dich ganz vollgekackert? Das ist ein trauriges Baby. Guck mal. Und was machst du zuerst? Das stinkende Baby still. Natürlich gibst du dem was zu trinken. Mhm. Ach, übrigens, ich habe letztens gesehen, dass es ein Erweiterungspack gibt, wo man ein Kaninchen haben kann. Und ich glaube, ich muss das haben. Ich glaube, ich muss das ganz dringend haben. Also, wenn ich einen Erweiterungspack kaufe, dann das. Ähm, nein. Kein Kühlschrank. Baby. Aber waschen kannst du sie. Und wie wäre es mit Windel wechseln? Äh. Was tut sie? Nein, nicht absetzen. Hallo. Hallo. Hallo? Windel wechseln. Warum ist das so schwer zu finden, ey? So, hier. Aufräumen. So, wunderbar. Das kann weg. Gut. Ähm. Ernteerzeugnisse hier. Basilikums ernten mache ich mal. Angespannt. Okay. Reste aussortieren, die Verdorbenen. Hä? Das Kind ist schon wieder voll geschissen. Kannst du mich verarschen? Äh. Windel wechseln? Geht das nicht mehr? Kann die Windel nicht wechseln? Okay, dann waschen. Egal. So, die muss erstmal ein bisschen für Ordnung sorgen. Die Sintfrucht tun wir ernten. Hm. Guck mal, Schnitterblumen nehmen wir auch mit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier schon viele haben. Schnitterblume. Hier ist sie. Normale Qualität. Wie sind sie hier jetzt? Hübsch. Okay, weil, dann könnten wir die verkaufen. Und die dann ernten. Dann haben wir ein bisschen bessere Qualität am Start. Bei den Rosen könnten wir das eigentlich auch machen. Und die Rosen sind ja jetzt hier hübsch schon mittlerweile. Also Rosen ernten. Und Garten pflegen können wir auf jeden Fall auch. Was macht das Kind? Jetzt bringt sie die wieder runter zum Waschen, weil wir dann als nächstes in den Garten gehen. Also nehmen wir das Kind mit in den Garten, richtig? Okay, das habe ich wieder vergessen. Egal. Und jetzt wird das Kind mal gewaschen, oder? Achso, jetzt bringt sie sie ins Bett wieder zurück. Okay, wir haben das Kind rausgebracht in den Garten, damit wir es waschen können. Und es dann wieder ins Bettchen gelegt. Exzellent. So. Hä? Und die hier nicht? Schnitterblumen ernten? Okay. Da muss ich ja hier einzeln ernten machen. Wieder Baby? Okay. Okay, aber es sieht jetzt besser aus. Hier passiert jetzt wenigstens irgendwas auch mit der Erde. Wenn wir Glück haben, dann können wir hier jetzt... Ah, Katrina. Ich habe meinen Chef sagen können, dass ich für eine Beförderung in Frage kommen könnte. Glaubst du, das könnte ich schaffen? Das musst du selber wissen. Ich habe keinen Bock mehr, der irgendwie die ganze Zeit... Meine eigenen Entscheidungen treffen, ohne jemanden, der mich anleitet? Warum fühlt sich das so seltsam an? Weil du überhaupt gar keine Meinung hast. Meine Güte. Löwenmäulchen. Ähm. Was haben wir hier noch? Löwenmäulchen. Ähm. Das sind Löwenmäulchen und Karotten. Mal hier Löwenmäulchen ernten. Und hier auch. Ernteerzeuges ernten. Und dann verkaufen wir die Löwenmäulchen. Mhm. Da ist aber nicht alles gepflegt worden. Guck mal hier. Und hier wollte ich auch noch öffnen, was hier noch so ist. Glockenblumen. Hübsch. Okay. Können wir die Glockenblumen auch verkaufen. Und ernten. 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 Guck, dass ich halt von allen ein paar jetzt habe. Nicht so übertrieben viele. Okay. Oh. Geht sie jetzt drinnen? Ah. Sie macht doch drinnen die Blumen. Okay. Und dann könnten wir die eigentlich auch ernten, ne? Auch obwohl. Verkaufe die mal. So. Hier unten. Mhm. Chrysanthemen. Ich muss mal eben schauen. Sind das die Chrysanthemen? Wo sind die? Hier. Dann hauen wir die weg. Oh. Die Rechnungen sind gekommen. Ach du Scheiß. 4000. Okay. Chrysanthemen ernten. Mache ich mal. Damit wir ein paar von denen haben. Gänseblümchen. Machen wir das gleiche. Wo ist das? Ja. Dann ernten wir die kurz. Ja. Hier sind auch noch Gänseblümchen. Okay. Interesse geerntet. Okay. Ernten. Okay. Oh Gott. Das ist also irgendwie viel zu viel. Petersilie. Können du komplett verkaufen. Ich weiß jetzt nicht. Wie war das hier? Hatten wir hier noch Petersilie im Kühlschrank? Haben wir. Okay. Dann brauchen wir uns darum nicht kümmern. Spinat. Haben wir auch im Kühlschrank. Das kann weg. Was bist du? Basilikum. Haben wir auch genug. Salbei auch. Radiesvogelblume. Ja. Die können wir jetzt mal verkaufen. Glaube ich. Und dann ernten wir die neu ab. Warum willst du essen? Du sollst aufhören zu essen. Du bist immer viel zu viel am Essen. Guck dir das doch mal an. Die will schon wieder essen. So. Meine Schulden begleichen muss ich auch. Genau. Rechnung bezahlen. Ja. Das war jetzt leider teuer. Ich kam nicht gut an deinen Briefkasten dran. Aber ich habe es geschafft die Post reinzuwerfen. Viel Glück beim rausholen. Okay. Interesse geerntet. Oder Interesse geerntet. Ernte die Sims 4 von 50 wilden Pflanzen. Aber das sind doch keine wilden Pflanzen. Das sind unsere. Okay. Sehr gut. Ähm. Weiter. Was haben wir hier? Orchideen. Ja. Die Orchideen können wir jetzt erstmal auch verkaufen. Und dann. Haben wir Orchideen? Warte. Oh. Jetzt habe ich keine Orchideen. Upsala. Hier? Doch. Ernten. Und hier die Lilien auch. Aber die Lilien müssen wir vorher noch wegschmeißen. Hier sind sie. Zack. Läuft auch. Und die Lilie auch. Das ist Salbeine. Genau. Genau. Okay. Und den Rest können wir dann in einem Mega-Verkauf weghauen. Äpfel, Erdbeeren, Wein, Traumpilze. Ja. Das hört sich gut an. Okay. Das ist aber auch noch. Okay. Das ist aber auch noch. Und schauen, was da noch drin ist. Oh. Sammlung vollständig. Die magische Bohnen-Pflanzenzimmer-Herausforderung. Okay. Magische Bohnensammlung vollständig. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Haushalt hat die magische Bohnensammlung vervollständigt. Lege jetzt eine Bohne jeder Sorte in den magischen Pflanzenzimmer-Stamm, um die bewässernde Interaktion freizuschalten. Wenn diese Interaktion ausgewählt ist, kannst du zusehen, wie der mystische magische Bohnen-Portalbaum augenblicklich vor deinen Augen wächst. Möchtest du das Portal betreten? Ah. Katrina. Ähm. Alice, Spencer, Kim und ich hatten eine Menge Spaß zusammen. Danke für deinen Rat. Ja. Okay. So. Ich weiß aber jetzt nicht, was damit gemeint war, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ähm. Moment mal. Ich will da nochmal drüber lesen. In einen magischen Pflanzen-Simm-Stamm. Ein magischer Pflanzen-Simm-Stamm. Kann man das kaufen? Wasser-Deko? Äh. Magischer Pflanzen-Simm-Stamm. Da. Hier. Ah, krass. Bruder. Gut, dass wir Platz gemacht haben. Was ist das denn? Komm direkt hier hin. Geil. Okay. Das hatten wir. Ja. Das hatten wir alles gut. Und jetzt können wir die da reintun. Magische Bohnenpflanzen. Kokett. Selbstsicher. Traurig. Unwohl. War jetzt Unwohl noch. Verspielt. Und wütend. Okay. Machen wir einfach. Mal schauen, was passiert. Ah, guck mal. Da haben wir sie alle reingeschmissen. Die muss jetzt pieseln. Aber warte erst mal bewässern. Was passiert? Was passiert? Nix. Oh, doch. Fucking Demon Shit. Geil. Was ist das? Es ist ja voll krass. Ansehen. Wir können den erkunden. Oh, das ist ja geil. Boah, das ist toll. Das gefällt mir voll gut, ne? Haben wir denn jetzt alles ausgepackt? Natürlich haben wir nicht alles ausgepackt. Noch ein Sandpaket öffnen. So, und dann geht's pinkeln. Was gibt's denn hier drin? Nichts Besonderes mehr, ne? Was ist das? Pflanzenobjektträger. Ach, genau. Das hatten wir rausgefummelt. So, Reste aussortieren. Und wir kochen wieder was. Wir möchten immer noch unsere Fähigkeit perfektionieren. Wir machen ein Omelette. Steht für Vegetarier geeignet. Machen wir eine Einzelportion. Es geht ja nur darum, dass wir es lernen. Ach so, aber erst mal Kind. Nach Säugling sehen. Okay. Wir schauen uns das an. Sie hat ein Kacki gemacht. Ganz sicher. Ah, Katharina mal wieder. Letztendlich waren Tobias Schmitz und ich einfach nicht füreinander geschaffen. Ja, tut mir leid. So, wie lange soll eigentlich die Folge gehen? Ich muss mal schauen. Okay, ungefähr weiß ich. Jips, jips. Guck mal hier. Kleine Bäuerchenbläschen. Okay. Ich weiß nicht, was sie jetzt tut. Wahrscheinlich das Kind absetzen, ja. Dann noch eine Windel wechseln und waschen. So, und? Koch im Rampenlicht. Koch im Rampenlicht. Lass einen Sim den höchsten Level in der Kochfähigkeit erreichen. Ja, haben wir geschafft. Level 10. Jetzt habe ich Rezepte für Brathähnchen und Thunfischauflauf gelernt. Super. Qualität ist ausgezeichnet sehr gut. Aber du sollst nicht essen. Das kommt in den Kühlschrank. So, die ist sowieso zu fett. So, macht das Kind. Und wir könnten noch so einen Galaabend machen. Haben wir denn genug? Nein, wir müssen unbedingt schlafen erstmal. So, okay. Dann. Spielzeug geben an. Kind. Kind kann blödeln. Was macht sie? Absetzen. So. Ein Haier. Schlafen. So ein Kindermädchen wäre nicht schlecht, ne? Ganz ehrlich. Könnten wir uns auch leisten, würde ich sagen. Wäre aber auch schön, wenn wir einfach irgendwie einen Partner hätten oder so. Weißt du, so Partner nicht aus Liebe, nein, damit das Kind versorgt ist. Das ist halt sinnvoll, ne? So. Einmal durchheiern. Achso, und ich wollte schauen, wie ist denn das mit den Lebenszeitbelohnungen? Was gibt's denn noch so? Niemals erschöpft, mutig, nein. Für immer frisch, Erneuerungstrank. Braucht niemanden, selten müde. Profi Faulenzer. Mega grüner Daumen. Ja, ich finde, das könnten wir machen mit dem mega grünen Daumen. Und Gelehrte. Oh, das ist aber noch besser, ne? Gelehrte. Antiseptisch, betörend. Unternehmerisch. Unabhängig. Ja. Das könnten wir nehmen. Das könnten wir nehmen. Also, unabhängig und Gelehrte und mega grüner Daumen. Die sehe ich für uns. Kommt dann darauf an. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was wir jetzt noch machen. Okay, da glitzert sehr viel im Garten. Ich schau mal, was wir da alles weiterentwickeln können. Können wir nicht alle weiterentwickeln einfach? Ja. Bibi weint, aber jetzt ziehe ich das kurz durch. Hier nix. Okay. Oh, Katrina. Äh, herein bitten. Ich mach mal schlafen zu Ende. Mach mal erst mal Katrina und dann das Baby. Ähm, nach Cycling sehen. Jetzt haben wir hier so einen fetten Baum stehen im Garten. Lol. Haus hat aus der Galerie einziehen lassen. Hier einfach jemanden einziehen lassen. Über andere Eltern tratschen. Na komm, wir tratschen mal über andere Eltern. Und sie hat Hunger. Aber egal, sie muss sie durch. Die muss ein bisschen hungern. Duschen kann sie nämlich gleich auch. Ja. Weißt du noch, diese Mutti drüben im Kindergarten? Ja, ne? Die hat dem Kind einfach so, äh, die Hand verdreht. Weil das Kind, äh, im Kinderwagen irgendwie Wundfug gemacht hat. Ja, das geht nicht. Dann müssen wir sofort hier das Jugendamt anrufen. Hör mal. Man kann auch einfach mit den Kindern spielen. Man muss denen nicht gleich wehtun. Okay, keinen Bock mehr zu reden. Wir stinken. Alles klar. Das kleine Monster. Oh, das ist so süß. Guckst du dir einfach an? Voll sabbern. Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht, wie schnell die halt erwachsen werden oder so. Also da bin ich komplett überfragt. Ich hab's Altern jetzt aber angemacht dafür. Ähm... Ansonsten... Gab's nicht irgendwie auch so, ähm... Warte mal. Wenn wir hier draufgehen auf die Belohnungen. Wünsche auf Frischer. Stimmungslöser Insta Groß. Trinke das, um dir selbst mehr Umfang zu verleihen. Okay. Stimmungslöser Insta Schlank. Der wirkungsvollste Diättrink auf dem Markt. Ja, das wäre ja auch notwendig mal bei ihr. Frühaufsteherin. Okay. Jugendtrank. Trinke das, um deinen Sim zu verjungen. Also im schlimmsten Fall können wir den noch nehmen, wenn wir alt werden. Und dann geht's los. Marktauglich. Marktaugliche Sims verkaufen selbst hergestellte Objekte für mehr Simoleons. Boah, das ist voll sinnvoll. Ich kauf das jetzt. Ja. Okay. Der interessanteste Sim auf der Welt. Besitze einen Sim mit zwölf oder mehr Merkmalen. Ja, krass. Wir sind ein sehr interessantes Sim. Hä? Hat die sich erschrocken, weil wir da hinten duschen? Peilig nicht. Okay, R&B hören. Wir machen R&B an. Mh, irgendwie. So, wir haben immer noch Hunger, aber können wir ruhig haben. Was passiert jetzt? Gar nix. Ah doch. stillen, alles klar. Machst du jetzt die Musik an oder nicht so? Musik stoppen und dann machen wir. Wir holen uns jetzt einfach die Dinger hier ab. Ähm, Musik. Alternative, da. So, und die hat richtig Hunger. Die möchte von Ideen erzählen. Das können wir auch direkt machen. Ähm, von Ideen erzählen. Da. Und was ist das? Schwierige Probleme lösen. Das können wir auch machen. Kriegen wir hin. Und essen können wir auch gleich. So, dann Reste nehmen. Aber der Baum ist richtig cool, ne? Kann ihn leider nicht so von unten nach oben zeigen. So. Was macht die da? Okay. Gut, was können wir noch? Kochsendung ansehen. Und. Arbeitsaufgabe. Ja gut, haben wir nicht. Die isst jetzt erstmal was. Weil sie sehr großen Hunger hat. Ja. Okay. Ja, dann. Isst mal auf. So, wieder 20 mehr. Zack. Ach, und guck mal. Hier können wir direkt einen Megaverkauf machen. Okay. Okay. Die Schnitterblumen, die nehmen wir nochmal mit. Ernten. Auch die Simfrucht noch. Und ansonsten Megaverkauf. Weiß nicht, wie viel wir halt... So. Einfach alles verkaufen. Zack, zack. 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 Und dann hier Garten pflegen. Aber obwohl, wir gucken erstmal nach dem Kind. Was möchte das Kind? Also, schauen wir das Kind nicht an? Was ist los? Nach Babys sehen. Komm. Hochheben. Äh. Okay. Ja gut, dann halt doch nicht. Oh. Okay, jetzt dancen wir richtig ab, oder was? Ja, lass mal die Hüfte kreisen, hör mal. Oh, oh. In die Küche über dem schlafenden Baby. Nachsäugling singen. Können wir das jetzt machen? Ich glaube, es hat Hunger. Fütter das Kind. Hä? Ins Bettchen. Kein Hunger? Baby, kein Hunger? Ach, das kann man echt so auch kaufen. Okay. Haben wir eigentlich alles aufgemacht? Nein, natürlich noch nicht. Okay, und wir machen noch kurz ein kleines impressionistisches Gemälde. Und danach kann sie Piesing gehen, wenn sie will. Das geht ja relativ schnell. Okay. Okay. Was ist das? Ist das ausgezeichnet oder nicht? Achso, ist noch nicht fertig. Hier ständig irgendwie Musik kommt, als wenn irgendwas gibt. Ich muss los, danke, dass du Zeit genommen hast. Okay. Ja, hier ist auch wieder nur Quatsch. Das habe ich alles schon gelesen. Ja gut, komm. Einmal durchseppen. Okay. Ja, gut, komm. Verkaufen brauchen wir nicht. Hä? Warte. Ich bin einfach in ein anderes Haus gesprungen. Wie auch immer das passiert ist. Wie ein Champion-Pieseln. Hä? Was macht sie denn da um? Da wollte ich dann anfangen, irgendwelche Möbel zu machen. Aber jetzt gerade nicht. Wir sind noch nicht Meisterküchen. Wir möchten ja erstmal dieses Bestreben fertig machen. Danach können wir meinetwegen Möbel herstellen. Ist mir egal. Ich muss auch langsam pieseln. Aber ich schaffe es noch bis zum Folgenende. Okay. Baby stinkt natürlich. Was macht sie denn? Mittelgroßes Klaschen? Nein, nein. Mach mal nicht. Mach mal hier weiter meinetwegen. Aber wir machen nur ein bisschen was. Dann gehen wir gleich schlafen. Okay. Was macht sie denn da jetzt? Ausmessen. Und dann richtig reinhacken mit dem Messer. Alles klar. So schnitz ich auch. Okay. Levelaufstieg. Sandra hat Level 5 der Geschicklichkeit erreicht. Ähm. Sandra bekommt beim Reparieren nur nicht mehr so schnell einen Elektroschock. Außerdem kann sie Basisverbesserungen an Küchenobjekten vornehmen. Am Schreinertisch. Große Skulpturen herstellen. Und bei anderen Sims mit ihrer Geschicklichkeit prallen. Ja. Neiße Scheiße. Das möchten wir natürlich sehr gerne. Okay. Wir sind gleich fertig. Was ist das geworden? Sieben Inventar deines Sims. Was ist das noch? Was ist das noch? Häschenskulptur? Oh mein Gott. Wir haben ein Häschen gemacht. Was? Normal. Okay. Warte. Haben wir. Ach Gott. So. Ist hier noch ein Platz. Können wir das Häschen dann? Okay. Aber das können wir auch. Wir machen das bei unserem Kind rein. Ja. Ein Hasi. Guck mal hier. Eine Häschenskulptur. Ach. Ich freue mich. Okay. Sehr schön. Das Spiel kennt mich halt, ne? Häschen. Oh mein Gott. Wie sieht das denn aus? Erstmal mit der Pflanze reden. Ja gut. Aber danach machst du mal hier. Äh. Nicht. Ne. Pieseln brauchst du nicht eigentlich. Aber egal. Jetzt macht es schon. Bis zur Perfektion polieren. und dann, äh, auch weiterentwickeln scheinbar. Und wir sind schon fertig mit der Welt. Obwohl, hä? Wo kommt denn die Energie her? Okay, geil. Dann machen wir mal Garten pflegen. Einmal schnell. Hat sich ausgezahlt. Okay, mehr glitzert, glaube ich, nicht. Gut. Und dann gehen wir schlafen, auf jeden Fall. So, mal gucken, was sie jetzt noch hier macht. Achso, und hier können wir nochmal einen Mega-Verkauf machen. Hä? Passiert da was? Ich glaube, sie ist verbuggt. Sie hat einfach nicht auf. Ähm. Okay, das ist nicht so cool. Ich speichere mal. Äh, neu. Und können wir dann... Zum Hauptmenü. Warte. Ja, genau zum Folgenende. Ich hoffe dann, dass das, äh... dass das wieder funktioniert, weil wenn nicht, wär schlecht. So, funktioniert's jetzt oder nicht? Aha, jetzt geht's. Guck mal. Also, manchmal bugt es rum, ne? Würde ich mal meinen. Ach, guck mal. Das hab ich noch nie gemacht, dass die Kamera uns automatisch folgt. Guck mal. Ist ja interessant. Ja, hör mal. Dann... Das Baby ist wach. Okay, warte. Okay, warte. Okay, warte. Okay, wir lassen jetzt erstmal. Wach mal kurz nochmal auf. Dann machen wir das Baby. Trinken. Und dann? Was machst du noch mit dem Kind? Hoffentlich die Windel wechseln. Nein. Oh, sie muss das natürlich. Oh, ey. Bist du denn dumm? Warum setzt du das Baby auf dem Boden ab? Es macht mich echt aggressiv, ne? Und dann... Knuddeln. Und dann... Ins Bettchen legen. Dann aufräumen. Und dann... Aufwischen. Schlimm ist das. Was passiert jetzt? Hat sie jetzt wieder nicht die Windel gewechselt? Schwierig. Es ist schwierig. Ich sag's euch. Wisch einfach über das Baby drüber. Kein Problem, Hammer. Das wird ein schönes Thumbnail. So wird ein Kinder gewaschen. Jetzt ist das Baby eingeschlafen. Stinken. Natürlich. Aufwecken. Ah. Es ist nicht normal. Du weckst das Kind jetzt auf. Und dann bitte... Windel wechseln. Und dann bitte ins Gitterbett legen. Kriegst du das hin? Doofer Kaxim. Ehrlich. Guck mal. Nein. Sie legt das erstmal da rein. Natürlich. Natürlich. Wäre ja zu einfach, ne? Mach die Windel. Mach die Windel. Es ist nicht normal. Ich weiß nicht, was das ist. Aber guck's dir an. Die weigert sich einfach dem Kind die Windel zu wechseln. Ja, es stinkt. Weil du die Windel nicht wechselst. Das ist nicht wahr. Aufwecken. Ich raste komplett aus. Das ist wirklich anstrengend, ne? Windel wechseln. Mach die Windel. Mach sie. Danke. Danke. Schlafen legen. Das Baby stinkt immer noch. Können wir das noch waschen? Ach, nicht hochheben. Oh mein Gott. Ah, nein. Auch nicht rauslassen. Mein Gott. In den Schlaf wiegen. Mach mal das. Und dann wegwerfen. Okay. Das war voll das in den Schlaf wiegen. Hat sich richtig gelohnt. Keine Ahnung, was da abgeht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich sage es euch ganz ehrlich, es frustriert mich sehr. Wir gehen jetzt einmal noch mal schnell kacken hier. Und dann gehen wir ins Bett und dann beenden wir die Folge. So. Ah, hier muss ich auch noch Garten pflegen dann. Oh komm, das geht noch schnell. Und dann einmal ein Haier machen. Ja, dann. Gönn dir. Ah ja, guck mal. Mit rechtsklick ging das. Macht sie nicht mehr. Okay. Ja gut. Dann wird jetzt geschlafen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.